Die Canem Spider Groß Glockner Challenge vom 9. bis 11. Juni 2016 war für die Piloten des dreiräderigen Roadsters aus Kanada wieder ein Event der Extraklasse. Aus ganz Europa, von Russland über die Türkei, von Finnland bis nach Deutschland und Österreich kamen die Teilnehmer angereist. Nach einer Besichtigung des Rotax-Werks in Gunskirchen, in dem die Motoren für die Canem-Fahrzeuge produziert werden, tourten die Canem Spider-Piloten durch die Kurven des Donautals. Höhepunkt der Tour war die Fahrt auf den Groß Glockner. Über 48 Kilometer schraubten sich die Teilnehmer in 36 Kehren bis auf eine Höhe von 2.504 Metern über dem Meer. Auf der Franz-Josefs-Höhe unterhalb des Gipfels wurden die Piloten mit einem einzigartigen Panoramablick auf den Nationalpark Hohe Tauern und die Reste des Gletschers belohnt. Die Veranstalter freuen sich über eine durchwegs positive Bilanz. Immerhin haben rund 300 Piloten an dem Community-Treffen teilgenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017